Die Explosion der Corona-Zahlen trifft gerade die Schulen. Laut den aktuellen AGES-Zahlen sind vor allem in Oberösterreich und Salzburg wahre Horrorszenarien zu verzeichnen. So liegt die 7-Tage-Inzidenz der 5- bis 14-Jährigen in Oberösterreich bei 1.246, bei den 15- bis 24-Jährigen gleich bei 1.650. In Salzburg knackten die unter 14-Jährigen ebenfalls locker die Tausender-Marke. Trotzdem stehen die Schulen derzeit auf der dreiteiligen Maßnahmen-Skala für Bildungseinrichtungen nur auf Stufe 2. Das hat die Corona-Kommission am vergangenen Freitag festgelegt. Konkret bedeutet das drei Corona-Tests die Woche, einmal PCR, Maskenpflicht in den Gängen, Turnen möglichst im Freien. Frühestens am kommenden Donnerstag dürfte das aber geändert werden. Stufe 3 sähe dann immerhin eine Maskenpflicht für Oberstufenschüler auch während des Unterrichts vor und ein Betreuungsverbot für externe Personen. An eine neue Auflage des Homeschoolings denkt Bildungsminister Heinz Fassmann indes nicht. Dieses Szenario sei nicht mehr Teil seiner Überlegungen. Das letzte Jahr hätte, laut Fassmann, zu viel an Kollateralschäden bei den Kindern mit sich gebracht.